Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich fängt ein Tag eigentlich erst perfekt an mit der ersten Tast Kaffee. Und da finde ich es wunderschön, wenn man morgens aufsteht und die ganze Wohnung riecht schon nach Kaffee. Das ist eigentlich der Traum eines jeden Kaffee-Liebhabers. Bei mir kommt dann der Gang auf den Balkon und eine Zigarette dazu, aber das kann man auch weglassen. Aber wir haben jetzt eine Kaffeemaschine für Sie, die mit Ihnen aufsteht, beziehungsweise schon vor Ihnen aufsteht und Ihren Kaffee macht. Und da steht sie. Und das ist nicht so eine neue PET-Maschine oder was anderes, sondern das Herkömmliche. So, wie es meine Großmutter und auch meine Mutter noch gemacht haben. Und wenn die beginnt, dann kommt dieser Kaffee-Duft. Und so kann für mich ein Morgen entspannt beginnen, auch für Morgenmuffel. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, spricht mich nicht vor der dritten Kasse Kaffee an. Auch hier perfekt. Dann ist es eine wunderbare Kaffeemaschine, aber die hat noch ein paar Extras. Nämlich zum Beispiel vorne hier im Display sehen wir sehr, sehr übersichtlich das Display. Einfach An- und Ausschalter, aber zusätzlich natürlich noch eine Digitaluhr. Und die hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Denn ich kann an dieser Kaffeemaschine einstellen, wann ich meinen Kaffee denn gern morgens hätte. Ich stehe zum Beispiel um 7.30 Uhr auf, also sage ich der Kaffeemaschine, fang mal 7.15 Uhr an, Kaffee zu machen. Dann weiß ich, wenn mein Wecker klingelt, dann klingelt nicht nur der Wecker, sondern der Kaffee-Duft, der dann durch die ganze Wohnung schwebt, der hilft mir beim Aufstehen. Und das Handling ist einfach, die Wassermenge, die ich möchte, einfüllen und dann den Kaffee. Und hier kommen wir zur weiteren Besonderheit. Sie sehen hier, man kann wahlweise ganze Bohnen oder Kaffeepulver einfüllen. Denn hier ist ein Malwerk mit integriert, das mir aus den Bohnen sofort frisch gemahlenen Kaffee macht. Und dieser diesen dann auch sofort umsetzt in den frisch aufgebrühten Kaffee. Übrigens, viele meiner Freunde haben mittlerweile Padmaschinen, also mit den Kapseln oder mit den Pads. Meine Mutter macht Kaffee immer noch genau so. Und den Unterschied, den schmeckt man einfach. Das Erste, wenn ich meine Mutter besuche, ist, mach mal bitte einen Kaffee, weil der schmeckt bei dir so gut. Und das kennen Sie mit Sicherheit auch. Es ist einfach ein ganz, ganz anderer Genuss. Und ich glaube, ja, durch die Geschwindigkeit heutzutage hat man auch ein bisschen Genießen verlernt. Pad in die Maschine, Knopf drücken, Kaffee fertig. Ja, bequemer geht es nicht. Aber hier geht es noch schneller. Nämlich bevor ich überhaupt aufstehe und ein Knöpfchen drücke, ist mein Kaffee bereits am Laufen. Und wenn ich dann aufstehe, dann eben ist er fertig. Und da sehen Sie jetzt schon, wie der Kaffee ganz, ganz langsam runter tropft. Und schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Denn hier oben kommt jetzt dieser frische Kaffeeduft raus, den ich vorhin beschrieben habe. Und wenn Sie die Küchentür offen haben, dann wird der Kaffeeduft sich ausbreiten bis zu Ihnen ins Schlafzimmer. Und Ihre Nase wird sagen, jawohl, jetzt kann ich aufstehen, denn der Kaffee ist schon fertig. Und das alles geht mit dieser wunderbaren Maschine. Und das auch noch für richtig kleines Geld. 66 Euro und 41 Cent kostet unsere vollautomatische Kaffeemaschine mit Timer-Funktion. Dann natürlich mit dem Permanent-Filter-System. Das heißt, ich muss auch keine Filtertüten mehr kaufen. Ganz einfach zu reinigen übrigens. Und zusätzlich noch das Malwerk. Ich kann also wirklich für mich entscheiden, nehme ich ganze Bohnen, um richtig frisch zu sein. Oder mache ich Kaffeepulver rein. Und wir schauen uns den Permanent-Filter auch mal an, weil ich habe hier einen zweiten dabei. Das ist hier ganz, ganz einfach. Hier sehen wir es. Den Filter, so sieht er oben aus. Den Filter auf. Und hier sehen wir das integrierte Malwerk. Ich kann aber jetzt auch ganz einfach Kaffeepulver reinmachen, wie ich will. Oder die Bohnen, dann werden die gemahlen. Zumachen, einsetzen. Hier ist er natürlich schon drin. Einschalten und los geht's. Also einfacher geht's nicht. Und so kann man Kaffee endlich wieder genießen. Ohne Zeitdruck, weil ich weiß, wie es ist beim Aufbrühen. Wenn ich eben frisch aufgestanden bin, dann noch die Kaffeemaschine richten muss, die anmachen, bis der Kaffee fertig ist, ja, muss ich schon fast aus dem Haus. Für die, die ihren Wecker immer wieder um 5 Minuten verlängern, sowieso. Hier eben mit der Timer-Funktion stelle ich ein. 7.30 Uhr soll der Kaffee fertig sein, dann ist er fertig. Und das Ganze, diesen perfekten Kaffeegenuss, gibt's für 66,41 Euro. Mit der Bestellnummer NC 3663 und der 569. Holen Sie sich diesen, ich sag schon fast nostalgischen Kaffeegenuss wieder nach Hause. Holen Sie sich ein Stück von Ihren Eltern, von Ihrer Oma, denn die wussten noch, wie man Kaffee richtig genießt. Gehen Sie weg von der Schnelllebigkeit und Geld sparen Sie auch noch dazu bei. Überlegen Sie sich, so ein Pfund Kaffee kostet heutzutage 3,49 Euro. Wenn man es in Pets kauft, umgerechnet, dann kostet es Pfund plötzlich 7, 8 oder 9 Euro. So, also sparen Sie dabei. So, jetzt möchte ich vielleicht nicht nur einen Kaffee, sondern auch einen Cappuccino. Und dazu müsste ich ein bisschen Milch aufschäumen. Und das geht man mit schönen Quirls oder Ähnlichem, aber relativ aufwendiger. Einfacher haben wir es hier mit unserem Kaffeeaufschäumer oder Milchaufschäumer, Entschuldigung, 3 in 1. Voll, automatisch. Sie sehen hier einfach den Deckel runter und jetzt habe ich innen drin einen Aufsatz. Und da sehen wir ihn vielleicht hier drin. Und den kann ich wahlweise eben zum Aufschäumen oder auch nur zum Aufwärmen benutzen. Und ich mache jetzt einfach mal Milch rein und wir schäumen die mal auf. 100 Milliliter, sage ich jetzt mal für mich. Und so, und jetzt drücke ich einfach auf den Knopf. Und sofort sehe ich, gucken Sie mal da, wie es anfängt aufzuschäumen. Und gleichzeitig die Milch aufzuwärmen. Das Ganze ist natürlich antihaftbeschichtet. Also die Milch bleibt nicht kleben. Und vor allem, sie brennt auch nicht an. Jetzt brauche ich nur 30, 40, vielleicht auch 50 Sekunden Zeit. Je nachdem, was für eine Milch mit wie viel Fettanteil Sie nehmen. Und dann habe ich eine wunderbar cremige Milch und kann meinen Cappuccino machen. Je nachdem, wie lange ich es laufen lasse, ist der Schaum natürlich etwas fester oder etwas lockerer. Aber Sie sehen, das macht der Milchschäumer von ganz allein. Wie gesagt, aufwärmen können Sie die Milch. Dann nehmen Sie einfach nur den anderen Aufsatz, der hier dabei ist. Da sehen wir nochmal diesen Aufsatz. Oder dann natürlich aufschäumen. Oder beides gemeinsam aufschäumen und aufwärmen. Auch das macht die Maschine selbstverständlich. So, jetzt sehe ich schon, wie sich der Schaum langsam entwickelt. Ein paar Sekunden noch, dann können wir wirklich dieses perfekte Milchschaumerlebnis genießen. Und hier brauche ich gar nicht dabei stehen bleiben, so wie ich es jetzt mache. Sondern ich kann in der Zeit natürlich noch andere Sachen machen. Und weiß, wenn ich zurückkomme, ist mein Milchschaum fertig. Jetzt schalte ich ihn einfach mal aus. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir denn sind. Ich hole es mal raus. Oh, das sieht schon mal herrlich aus. Und nehme ich jetzt mal den Milchschaum. Gucken Sie mal, das ist perfekt. Und wenn ich das jetzt auf den Cappuccino mache, unglaublich fein, unglaublich lecker. Ah, da kriegt man so richtig Lust auf Cappuccino. Einfacher war es noch nie, als mit diesem Milchaufschäumer. Drei in eins, wie gesagt. Und auch den gibt es für ganz, ganz kleines Geld. Mh, lecker. 33,16 Euro. Bestellnummer, NC 34,85 und die 569. So, jetzt bin ich richtig froh. Jetzt ist mein Kaffee auch schon langsam durchgelaufen. Jetzt nehme ich mir mal eine Tasse. Und übrigens, wenn Sie es auch zwischendrin machen, da ist so ein Stopp drin. Das heißt, es läuft nichts nach. Das ist auch noch hervorragend bei dieser Kaffeemaschine. Und das ist das, was ich an meinem Job so liebe. Wenn wir mal Kaffeemaschinen vorstellen, dann kriege ich eine extra Portion Kaffee. Schauen Sie jetzt, nehme ich einfach noch die Milch, den Milchschaum natürlich noch obendrauf, der hier wunderbar fertig ist. Ah, perfekt. So kann der Tag beginnen. Und bei Ihnen kann das auch bald so sein. Greifen Sie einfach zu bei der Kaffeemaschine und auch dem Milchaufschäumer. Wenn Sie jetzt aber noch eine herkömmliche Kaffeemaschine haben und aber trotzdem frisch gemahlenen Kaffee möchten, dann haben wir natürlich auch noch was Perfektes für Sie, nämlich eine Kaffeemühle. Und man sagt ja, die Frische hält sich viel mehr in den Bohnen als im Pulver. Und deshalb haben wir hier jetzt eine Kaffeemühle. Ich fülle vollautomatisch, ich fülle oben einfach die Kaffeebohnen ein, stelle hier den Mahlgrad ein, hier die Geschwindigkeit. Das sind die einzigen Einstellungen, die ich haben will. Und dann drücke ich hier auf den Knopf und Sie hören es schon, mein Kaffee wird sofort und live für mich gemahlen. Und zwar in der Konsistenz, die ich haben möchte, also ob ich stärker, schwächer haben will, das kennen Sie sicher. Und dann natürlich hier im Auffangbehälter aufgefangen. Und mit diesem Kaffee fange ich dann gleich entweder an meine herkömmliche Kaffeemaschine oder natürlich auch an meine Siebträgermaschine. Auch das ist problemlos möglich, das werde ich Ihnen auch gleich zeigen. Haben wir nämlich heute auch noch im Programm. Übrigens leicht zu reinigen. So, Kaffee ist schon durch. Die Messer sind einfach, so jetzt Kaffee ist schon durch. Die Messer sind einfach rauszunehmen, einfach zu reinigen. Einmal in der Woche sollten Sie das mit Sicherheit tun. Und Sie sehen oben auch das Handling. Denkbar einfach Deckel runter, jetzt wieder frische Bohnen rein und dann kann es weitergehen. So, ja, sollte man ein bisschen geschickter machen als ich. Aber Sie sehen, es ist denkbar einfach. Und jetzt könnte ich wieder, jetzt können wir wieder weitermalen. So, also denkbar einfach für den frischesten Kaffee, den es überhaupt gibt. Das gerät natürlich auch noch im extrem eleganten Design. Ich finde, es sieht einfach toll aus. Es ist ein Hingucker bei Ihnen in der Küche auf dem Regal oder einfach neben der Kaffeemaschine. Morgens kurz draufdrücken und Ihr Kaffee ist ruckzuck frisch fertig, frisch gemahlen. Und das ist einfach der frischeste Kaffee, den ich mir gönnen kann. Ja, hier haben wir jede Menge Stufen. Also 8 Gradstufen, wie stark ich das haben will. Und das alles für 28,41 Euro. Mit der Bestellnummer NC 3608 und der 569. Und der frische Kaffeegenuss ist bei Ihnen dann jeden Tag zu Hause. Und ich liebe es einfach, Kaffee zu trinken. Also ich oute mich jetzt mal, ich bin so ein richtiger Kaffee-Junkie. Ich brauche morgens, mittags, abends, spät nachts nicht mehr, aber morgens, mittags, abends brauche ich ein paar Tassen Kaffee. Und dann geht es mir gut. Und da gibt es die verschiedensten Philosophien, welcher Kaffee denn am besten schmeckt. Und ich muss sagen, mich hat auch mal ein Kaffee begeistert. Und zwar, mir wurde gesagt, diese Kaffeetechnik kommt aus Italien. Aber ein Türke hat mir mal diesen Kaffee gemacht. Und genau so eine Maschine haben wir hier. Das ist eigentlich keine Maschine, weil alles manuell geht. Aber der Kaffee schmeckt hervorragend. Ein Espressokocher. Und das Schöne ist, diese Fläche hier ist geeignet vom Lagerfeuer bis zum neuen Induktionsherd für alles. Egal, ob Sie ein Ceranfeld, ein herkömmliches Herdfeld haben, eine Gaskocher oder, ich sag es mal, ein Lagerfeuer. Einfaches Feuer drunter würde hier auch gehen. Und die Zubereitung, denkbar einfach. Ich denke, Sie haben das alle schon mal gesehen. Man dreht einfach hier das herunter, das obere Teil, füllt hier unten Wasser ein. Das haben wir schon gemacht. Und jetzt nehmen wir unseren frisch gemahlenen Kaffee. So. Der ist hier schön frisch. Und machen ihn rein. Wichtig ist, den Kaffee schön locker zu lassen, nur leicht anzudrücken. Also wirklich nicht pressen. Viele pressen hier. Und das ist gar nicht gut in dem Fall für den Kaffee, weil wir hier ja nicht mit hohem Druck arbeiten. So. Und was Sie jetzt noch machen müssen, ist einfach die Kanne wieder ganz draufschrauben. Da sehen wir es bis runter. Ist auch denkbar einfach mit diesem Edelstahl. Und auf Ihre Herdplatte stellen. Herdplatte an. Egal ob Induktions- oder herkömmliche oder Ceranfeld oder, ich hab's vorhin gesagt, Gaskocher, Lagerfeuer. All das ist hier möglich. Und in wenigen Minuten ist hier dieser wirklich perfekte Kaffeegenuss da. Dreiteilig, sehen Sie, alles aus natürlich rostfreiem Edelstahl, sodass Sie auch lange, lange diesen Kaffee genießen können. So. Und das gibt's für, und das ist für mich unglaublich, für 16,06 Euro. Und Kaffee trinken ist eine Philosophie. Jeder mag diesen Kaffee oder diesen oder sagt, den Kaffee ist der beste. Der eine mag ihn stärker, der andere schwächer. Egal wie Sie ihn möchten. Ich denke, heute in der Sendung haben wir für jeden was dabei. Und diese italienische Kaffeemaschine, so nenne ich sie jetzt mal, kostet gerade mal 16,06 Euro. Und ja, die Bestellnummer NC 3670 und die 569. Also egal jetzt von welcher Kaffeemaschine, ich bin mir sicher, jeder Kaffee ist einzigartig und schmeckt hervorragend. Aber echte Barista, also die Künstler des Kaffeemachens, die schwören natürlich auf Siebträgermaschinen. Und genau so eine haben wir jetzt auch hier aus echtem Edelstahl. Eine echte Rosenstein und Söhne. Oben natürlich mit dieser wunderbaren Platte, die kennen wir alle, da kann ich meine Tassen schon mal vorheizen. Also einfach die Tassen oben drauf und sobald die Maschine an ist, kommt hier eine angenehme Wärme, sodass hier meine Tassen vorgeheizt werden. Hinten haben wir einen großen, ausreichenden Wassertank, den ich also rausnehmen kann und manuell befüllen am Wasserhahn. Und vorne, Sie sehen es sehr, sehr übersichtlich. Und eben, hier haben wir jetzt dieses tolle Verfahren, was alle Barista bevorzugen. Hier den Filter, den ich auch jederzeit ohne Probleme reinigen kann. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und jetzt nehmen wir mal frisch gemahlenen Kaffee und füllen den mal ein. Hier muss ich jetzt eindrücken, aber je nachdem, wie stark Sie den Kaffee möchten, natürlich Ihre Kaffeemenge dosieren, dann andrücken. Und jetzt gehen wir hier in diesen Sieb rein und ziehen es richtig fest. Denn hier wird mit hohem Druck gearbeitet. Jetzt nur noch die Tasse drunter und hier müssen wir jetzt auf Kaffee und schon geht's los. Und mein Kaffee läuft jetzt wunderbar raus. Und jetzt sehen wir natürlich gleich die wunderbare Crema, die ich hier habe, die es hier gibt. Und das ist also wirklich unglaublich mit so einer Maschine. 1,5 Liter Fassungsvermögen haben wir hier übrigens. Und so kann ich jeden Mengen Kaffee nacheinander raus machen. Zusätzlich habe ich natürlich auch noch diese Dampffunktion. Das heißt, ich kann auch jederzeit Tee machen. Ich kann Tee hier zubereiten. Ich kann auch Milchschaum zubereiten, noch mit dieser Dampfdüse einfach entsprechend umstellen. Und diese Siebträgermaschine hat übrigens einen Druck von 15 Bar. Und das ist ja ganz, ganz wichtig hier, dass ich den richtigen Druck habe. Das wird Ihnen jeder Barista hier bestätigen, um den perfekten Kaffee zu Genuss zu bekommen. Ich habe meinen fertig und ich finde es immer schön, wenn Kaffee mit so einer wunderbaren Crema aus der Maschine kommt. Und das Edelstahl sieht auch noch hervorragend aus, wie ich finde. Ja, und jetzt schauen Sie mal auf den Preis für eine echte Siebträgermaschine. Ja, hier kann ich Espresso machen. Übrigens Espresso, Grundlage eigentlich für jeden Kaffeegenuss. Egal, ob Sie Latte Macchiato wollen, ob Sie Cappuccino trinken oder ähnliches. Und hier sehen wir es auch nochmal, natürlich mit dem Milch aufschäumen. Einfach die Dampfdüse aufmachen und durch den Dampf wird dann die Milch aufgeschäumt. Aber gleichzeitig kann ich hier natürlich auch heißes Wasser rauslassen, um Tee genießen zu können. All das ist möglich mit unserer Edelstahl-Siebträgermaschine. Und das gibt es für richtig kleines Geld. Schauen Sie mal im Internet, was solche Siebträgermaschinen normalerweise kosten. Und dann werden Sie sehen, wie günstig unser Angebot heute ist mit 123,41 Euro. Die Bestellnummer, die NC 3782 und die 569. Und ich nehme mir jetzt einfach mal den Kaffee. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, ich bin Kaffee-Junkie. Ich könnte den ganzen Tag über Kaffee trinken. Übrigens, wenn man nachts nicht schlafen kann, dann liegt es nicht am Kaffee, sondern wahrscheinlich am Bett. Aber da haben wir auch noch gute Matratzenauflagen für Sie, sodass Sie auch den ganzen Tag Kaffee genießen können. So, ich stelle jetzt mal oben drauf, dass er noch ein bisschen warm bleibt. Und Sie gehen jetzt ans Telefon und rufen an. Denn für 123,41 Euro, diesen Genuss pur hier natürlich mit dieser Siebträgermaschine. Und schauen Sie es sich an. Das ist ein Erscheinungsbild. Das sieht einfach toll aus. Das ist ein Schmuckstück für jede Küche und für jeden Kaffee-Fan ein unbedingtes Muss. Zumal für diesen Preis. Ja, und wenn ich dann auch noch perfekten Kaffee-Genuss rausholen kann, dann weiß ich wieder mal, ich habe alles richtig gemacht. Dann natürlich Milch aufschäumen, falls einer Ihrer Gäste mal eben ein Latte Macchiato will, wie es ja modern ist. Oder einen Cappuccino. Auch das können Sie problemlos hier machen. Sie sehen, einfach hier einfüllen den Kaffee und dann geht's los. Perfekter geht's nicht, einfacher geht's nicht und günstiger geht's natürlich auch nicht. Ich sage Ihnen die Bestellnummer nochmal. NC 3782 und die 569 und der Preis 123,41 Euro. Und Sie müssen entschuldigen, aber wenn ich so einen feinen Kaffee vor mir habe, kann ich einfach nicht widerstehen. Da muss ich immer mal wieder nippen und ein Stückchen trinken. Ja, und ich finde, mittlerweile gehört Kaffee trinken ja zur deutschen Kultur. Man trifft sich zum Kaffee mit den Freundinnen, spricht dabei, er backt vielleicht noch einen Kuchen. Und wenn ich dann nicht diesen 0815 Kaffee habe, sondern meinen Freundinnen oder meinen Bekannten hier eine solche Maschine, eine solche Siebträgermaschine vorführen kann, dann weiß ich, dass die zufrieden sind. Und es wird ein schöner Nachmittag bei herrlichem Kaffee. So, früher, wenn wir als bei meiner Oma waren, dann hieß es irgendwann mal, wenn wir Besuch bekommen haben, hol mal das gute Porzellan aus dem Schrank. Wir kriegen Besuch. Und genau zu gutem Porzellan kommen wir jetzt. Und hier steht es schon herrlich angerichtet. Wir haben hier für sechs Personen ein Kaffeeservice. Und das ist nicht irgendein Kaffeeservice, sondern das ist Bone China Porzellan. Und Bone China, das ist so das Aller, Allerbeste, was es an Porzellan gibt. Vor über 1400 Jahren mittlerweile in China entwickelt. Und das Besondere ist daran, dieses Bone China Porzellan, das hat so einen leichten Elfenbein-Look. Man ist also gleich mal begeistert, wenn man es anschaut. Ja, jeder Porzellan-Kenner und Liebhaber wird als allererstes die Tasse umdrehen und einfach mal drunter schauen. Einfach mal drunter schauen und dann den Stempel entdecken. Und hier, dieser Stempel birgt für Qualität. Rosenstein und Söhne. Und wir haben hier ein komplettes Service für sechs Personen. Inklusive noch einer wunderbaren Schüssel für Zucker, dann einem kleinen Milchkännchen, einer Kaffee- bzw. Teekanne. 88,50 Euro für Bone China Personal mit diesem Komplett-Kaffeeservice. Das ist wieder mal eine Preissensation. Geben Sie es ruhig auch mal hier im Internet ein. Bone China Porzellan. Und dann gucken Sie mal, was Sie dafür ausgeben können. Nach oben überhaupt keine Grenzen. Das ist echte Qualität aus China. Eben dieses Bone China vor 1400 Jahren entwickelt mit diesem brillanten Elfenbein-Schimmer. Und es ist sogar, wenn Sie den Kaffee einfüllen, werden Sie sehen, ganz, ganz leicht transparent. Man hat also trotz diesem wunderbar tollen Porzellan immer das Gefühl, leicht durchschauen zu können. Hier sehen Sie es gerade mit Sonne. Da sieht man die Hand durch. Und das wirkt papierdünn, ist aber extremst robust und bruchsicher. Übrigens auch Maschinen, Spülmaschinen geeignet. Also auch das ohne Probleme möglich. Und noch mal zum Preis. 88,50 Euro. Für mich eine absolute Preissensation. Für das gute Porzellan, das meine Oma früher immer nur zwei, dreimal im Jahr rausgeholt hat. Und hier würde ich sagen, Oma, komm, ich kaufe dir ein neues Service. Ein echtes Porzellanservice von Rosenstein und Söhne. Und nicht irgendein Porzellan, sondern das wohl hochwertigste Porzellan der Welt. Bone China. Na, googeln Sie es ruhig mal. Ja, und 88,50 Euro ist wirklich fast schon lächerlich. Und wenn Sie jetzt sich für irgendeine unserer Kaffeemaschinen entschieden haben und sagen, das ist mein perfekter Kaffeegenuss, das dann noch in so perfektem Porzellan zu trinken, das ist dann noch die Krönung. 88,50 Euro. Ich kann es nur wiederholen. Ein unglaublich günstiger Preis für dieses Komplett-Set für sechs Personen, inklusive Zuckerdose, Milchkännchen und Tee- oder Kaffeekanne. Ja, und Sie brauchen nur noch die Bestellnummer. NC 71 71 und die 569. In wenigen Tagen kommt es gut verpackt zu Ihnen. Also Sie brauchen keine Angst haben, dass es irgendwie auf dem Versandweg kaputt gehen könnte. Das ganz, ganz sicher nicht. NC 71 71 569. Und das für 88,50 Euro. Mit diesem Porzellan und diesem brillanten Elfenbeinschimmer. Und wir haben es gerade gesehen, ob die Tasse oder auch der Teller. Mit dieser leichten Transparent. Es wirkt einfach edel. Es ist etwas Besonderes. Und dann haben Sie wieder dieses hervorragende und tolle Porzellan für den besonderen Nachmittag. So, und jetzt wechseln wir, wie das Thema kommen zu allen Nachtsuppendrinkern, zu Suppenessern, zu Teetrinkern, zu Leuten mit kleinen Babys, die nachts aufstehen und erst mal Wasser heiß machen müssen. Denn hier haben wir jetzt einen wunderbaren Heißwasserspender, der auf Knopfdruck sofort Ihnen heißes Wasser gibt. Und ganz egal, ob Sie eben Tee machen wollen oder vielleicht Ihren Nachwuchs mit dem Fläschchen versorgen möchten. Sie stellen einfach nur eine Tasse drunter und drücken. Entweder One Cup oder Continue, wenn Sie mehrere machen wollen. Das sind die zwei Tastenmöglichkeiten. Und jetzt drücken wir mal drauf und sehen, es läuft sofort. Ja, jetzt gucken wir mal. So, heißes Wasser kann man immer brauchen, hat mir mal jemand gesagt. Deshalb friere ich es ein. Und das sehen wir jetzt. Jetzt kommt eine Tasse raus. Wunderbar. Übrigens Temperatur 96 Grad. Also hier wirklich genau das, was ich möchte. 1,8 Liter habe ich hier ein Fassungsvermögen. Das heißt, das reicht mir mal eine ganze Weile. Und ich muss ja nicht nur Tee-Wasser, sondern unter Umständen eben auch mal Instant-Suppen. Da gibt es natürlich diese 5-Minuten-Terrine, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Einfach drunter und ich habe das heiße Wasser. Oder für alle Teeliebhaber natürlich auch ruckzuck heißes Wasser. Hier jetzt auf eine Portion. Immer dosiert genau die richtige Portion, wie ich es möchte. Oder dann natürlich auf dieser Endlos kann ich einstellen, wie viel ich möchte. Und jetzt steht dem perfekten Teegenuss, egal wann Sie das möchten, nichts mehr im Wege. So ein Heißwasserspender, vielfältig einsetzbar. Wie gesagt, für Tee, für Suppen, mal shoppen nachts. Ich kann mich noch erinnern, als meine Kinder noch klein waren. Ja, und dann fing das Geschrei nach so ein Shoppen machen. Und dann konnte das Wasser nicht schnell genug heiß sein. Man hat den Herd fast angefeuert, hat gesagt, mach mal, mach mal ein bisschen schneller. Hier drücke ich nur aufs Knöpfchen und das heiße Wasser kommt raus. Und ich kann den Shoppen oder den Tee natürlich ganz, ganz schnell machen. Das ist eine tolle Sache. Was anderes möchte ich Ihnen noch vorführen. Wir machen jetzt einfach noch einen Tee. Lassen wir gerade noch mal laufen. Und Sie sehen ja, Sie können das so oft, Sie wollen hintereinander machen. Hinten sehen Sie ganz, ganz übersichtlich, wie viel Wasser Sie noch drin haben. 1,8 Liter übrigens Fassungsvermögen. Ja, nur wenn Sie ein frisches Wasser brauchen, einfach hinten wieder einfüllen. Aber vorne kommt es immer gleich schnell raus. Ja, unser Heißwasserspender kostet gerade mal 56,91 Euro. Mit der Bestellnummer NC 3581 und der 569. Und ich muss nicht mehr auf meinen Wasserkocher warten. Oder vor dem Herd auf- und abgeben gehen. Wann ist denn das heiße Wasser endlich fertig? Sondern Sie sehen hier jetzt, sofort kommt es aus unserem Heißwasserspender. Und das ist für mich eine tolle Sache. Übrigens auch im Sommer viel, viel besser als dieses eisgekühlte. Ab und zu mal einen warmen Tee. Das gleicht den Haushalt viel, viel besser aus. Und Sie sehen, wie einfach das ist. Und hier machen wir jetzt auch gleich noch einen Teebeutel rein. Schön ziehen lassen, damit wir einen schönen Tee haben. So, und jetzt sage ich Ihnen den Preis nochmal. Also holen Sie sich das in wenigen Sekunden, das Heißwasser fertig. Und es braucht auch nicht viel Strom. Man könnte meinen, hier wird es die ganze Zeit aufgeheizt. Und es zieht meine Stromrechnung ins Unendliche nach oben. Nein, genau dann, wann Sie es brauchen, dann braucht es auch ein bisschen Strom ansonsten nicht. Und das Ganze jetzt für 56,91 Euro. So, und jetzt habe ich gerade ein zweites Glas herausgeholt, in dem ich Tee gemacht habe. Das ist Ihnen sicher aufgefallen. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Glas. Und ich liebe solche Gläser, denn die sind doppelwandig. Sie sehen jetzt, es sieht aus, als würde die Flüssigkeit hier drin, na, so müssen wir es halten, schweben. Denn hier außen haben wir natürlich eine Verglasung und innen ist jetzt das Glas, was das Getränk hält, hier jetzt warm. Und es ist ganz egal, wie heiß das ist. Bis 220 Grad hält das Glas übrigens aus. Ich verbrenne mir nicht die Finger. Ich weiß, innen ist warm und außen trotzdem bequem zu halten. Das Ganze geht natürlich auch mit eisgekühlten Getränken. Ja, innen schön kalt. Und dann haben wir diese Doppelwand und dann sieht es auch noch toll aus. Es ist also auch ein Hingucker und für mich ein richtig schönes Set. Set ist ein gutes Stichwort, weil wir haben hier zwei Gläser und die sind auch noch sehr, sehr hochwertig. Leicht, robust, grazfest und auch stoßfest, gehen also nicht so schnell kaputt. Und man braucht auch keine Angst zu haben, dass sich hier in der Mitte Kondenswasser bildet. Weil das könnte man meinen bei den Temperaturunterschieden, da ist dieses Glas aber absolut unempfindlich. Und ich halte es jetzt einfach mal unten, damit Sie diese wunderbare Biegung hier sehen. Und diesen Effekt, dass man meint, das Glas schwebt eigentlich im luftleeren Raum. Und jetzt schauen wir uns auch mal an, wie das aussieht. Wenn ich mal einen Fruchtsaft nehme, deshalb nehmen wir jetzt mal hier einen schönen Orangensaft. Für kalte Getränke ist das natürlich genauso geeignet wie für warme. Jetzt noch ein paar Eiswürfel dazu. Und auch hier sehen Sie sofort diesen Effekt, dieses freischwebende, was hier ist. Ich finde es persönlich schön. Und hier sprechen wir übrigens vom Zweierset. Also Sie kriegen zwei von diesen doppelwandigen Gläsern für gerade mal 12,26 Euro. Auch das natürlich absolute Markenqualität. Und wenn ich bedenke, dass normale hochwertige Gläser schon Ähnliches kosten, dann sollte ich hier zugreifen. Übrigens die Temperaturrange ist riesengroß von minus 30 Grad bis plus 220 Grad halten diese Gläser alles aus. Also egal, ob wirklich ultra, eisgekühlt oder super heiß. Alle Getränke sind hier drin möglich. Und ich spüre außen auch gar nicht die Hitze. Ich kann auch mal heiße Getränke anfassen ohne Probleme. Ich finde es auch noch ein toller Hingucker. Auch auf jeder Party absolut ein Highlight. Und die Bestellnummer, die NC 2770 und die 569. Der Preis 12,26 Euro. Und dann kann die nächste Party kommen. Übrigens kann man ja auch wunderbar Kaffee draus trinken. Ist auch mal ein ganz, ganz anderes Erscheinungsbild. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei jedem Produkt, das Sie bei uns kaufen.